Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 15. Juli mit Anja Wölker. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Einen positiven Corona-Fall gibt es jetzt in einer Kita im Südostviertel. Ein Kind ist an dem Virus erkrankt. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Kita-Gruppe des Kindes. Insgesamt neun Kinder und zwei Erzieher müssen jetzt zwei Wochen lang in Quarantäne. Vorsorglich werden auch noch weitere Kinder aus anderen Gruppen getestet. Außerdem drei Geschwisterkinder. Die Kita muss aktuell aber nicht geschlossen werden, sagt die Stadt. Richtiger Fußballgesang mit echten Fans bei einem Fußballspiel. Das will der Bundesligist Union Berlin unbedingt wieder möglich machen und plant Spiele mit 22.000 Zuschauern. Einen Tag vorher soll auf das Coronavirus getestet werden. Wer negativ ist, darf zum Spiel ins Stadion kommen. Ein unmöglicher und unverantwortlicher Plan, sagt der Chef-Virologe von der Uniklinik in Holsterhausen dazu. Ein Testergebnis kann auch mal fehlerhaft sein oder negativ, auch wenn die Person sich schon angesteckt hat. Der Virologe sagt deshalb auch ganz klar, bevor wir keinen Impfstoff haben, wird es kein volles Stadion geben. Betrug und Corona, das schließt sich nicht aus. Die Krupp-Krankenhäuser in Ruttenscheid und Steele mussten diese schmerzliche Erfahrung gerade machen. Denn sie sind auf Maskenbetrüger reingefallen. Im März hatten sie mit einem Krankenhaus in Siegen 250.000 Masken bestellt. Die sollten auch, anders als in der Zeit üblich, schnell geliefert werden. Das Geld haben sie überwiesen, die Masken sind aber ausgeblieben. Die Polizei hat zwei Männer und zwei Frauen im Bergischen Land ermittelt. Bei ihnen wurden die Maskenrechnungen gefunden, außerdem zwei teure Sportwagen. Die wurden zufälligerweise nach dem Betrug gekauft. Wo ist das restliche Geld? Das ist noch nicht klar. Ein Corona-Lockdown als Vorsichtsmaßnahme, davon spricht die Volkwang-Uni in Werden. Drei Studenten haben das Coronavirus. Sie haben sich gestern bei der Uni gemeldet. Daraufhin gibt es jetzt ein Betretungsverbot. Die Studenten waren letzte Woche auf dem Campus und dort ist aktuell nicht so viel los. Kontakt mit anderen hätten sie deshalb kaum gehabt haben, sagt die Uni. Das Gesundheitsamt prüft das jetzt. Gesperrt sind jetzt das Hauptgebäude und die Bibliothek in Werden. Persönlicher Einzelunterricht fällt aus und Prüfungen gibt es nur online. In zwei Monaten heißt es wieder wählen gehen. Die Kommunalwahl steht an und da wird es wegen Corona einige Änderungen geben. Es gibt weniger Wahllokale. Bisher waren es 240. Jetzt sind es 40 weniger, weil nicht in Altenheimen gewählt werden kann. Es könnte also etwas voller werden in manchen Lokalen. Die Wahllokale sind in Schulen, öffentlichen Gebäuden oder in Gemeindehäusern. Die sind aber oft nicht barrierefrei. Deshalb steht dieser Hinweis auf der Wahlbenachrichtigung, die ab Mitte August verschickt werden. Wer so also nicht wählen gehen kann, soll sich ans Wahlamt wenden. Und so, wie wir es mittlerweile vielleicht schon gewohnt sind, es gilt Abstand halten und Mundschutz tragen, wenn wir wählen. Wer noch helfen will, der kann sich melden, denn der Stadt fehlen auch noch 500 Wahlhelfer. Alle Infos zur Anmeldung dazu gibt es in unserem Artikel auf radioessen.de. Die Krankenhäuser im Essener Norden sollen erhalten bleiben. Dafür kämpfen einige Essener. Drei Essener wollten dafür ein Bürgerbegehren starten. Das ist aber aktuell nicht zulässig. Die Stadt hat den Text geprüft und sagt, dass er nicht unmissverständlich genug ist. Er lässt zu viel Platz für Interpretationen. Jetzt soll ein neuer Text her. Das Ziel? Die Stadt oder das Land sollen das Marienhospital in Altenessen und das St. Vinzenz Krankenhaus in Stoppenberg übernehmen. Die Contilia-Gruppe als Betreiber will die Krankenhäuser bis Ende des Jahres dicht machen. Und das war überregional wichtig. Deutschlands größter Fleischbetrieb Tönnies darf in Reda-Wiedenbrück wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Apple muss in Europa keine Steuern nachzahlen. Die EU-Kommission hatte Apple auf 13 Milliarden Euro verklagt. Das EU-Gericht findet das nicht gerechtfertigt. Apple hat die Steuern offenbar in den USA bezahlt und müsste sonst doppelt zahlen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Tag geht mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu Ende. Dabei bleibt es trocken. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 14 Grad. Morgen müssen wir uns wieder auf Regen einstellen. Dichte Wolken sind am Himmel. Zeitweise gibt es einige Schauer bei maximal 16 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Euch einen schönen Abend und eine angenehme Nacht. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.